Wenn ihr was nicht schafft, dann ist es manchmal einfach so, ihr könnt euch auch nicht irgendwie dreiteilen. Man kann nicht, was sagt man immer, man kann nicht auch zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen, man kann immer nur eine Sache wirklich machen. Stimmt. Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ungeschminkt. Heute ist Shirin bei uns, sie ist Influencerin und hat auch noch ein Studium nebenbei. Willst du dich vielleicht mal kurz vorstellen? Genau, ja, ich bin Shirin, ich bin 23 und bin YouTuberin, mache aber auch Instagram, habe einen Podcast und studiere aktuell noch an einer Fernuni und versuche alles gerade parallel irgendwie zu schaffen. Ja klar, das stelle ich mir super schwierig vor. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du gesagt hast, okay, ich bin Influencerin, aber studieren will ich trotzdem noch? Also ich mache YouTube und sowas schon seit jetzt neun Jahren, ich bin schon deine richtige Oma und habe damals angefangen, also ich habe das während der Schulzeit gemacht und dann habe ich angefangen Lehramt zu studieren, weil man will ja was Sicheres machen und habe dann gemerkt, es ist einfach nicht meine Richtung und habe mich dann, als ich gemerkt habe, okay, das ganze Influencer-Dasein macht mir so viel Spaß, gedacht, ich mache jetzt einen Studiengang in dem Bereich und habe mich dann für Kommunikation und Medienmanagement entschieden. Ach cool. Aber an einer Fernuni, damit ich möglichst flexibel bin und ja, versuche jetzt beides so zu balancieren irgendwie. Das ist bestimmt super viel Arbeit, was du in beides investieren musst. Also Freizeit hat man weniger tatsächlich, vor allem an der Fernuni, das muss ich vielleicht nochmal sagen, ist der feine Unterschied, du musst diszipliniert und dir alles selbst einteilen, weil du kannst morgens sagen, okay, ich bleibe jetzt noch drei Stunden liegen oder ich schwinge mich jetzt aus dem Bett und fange an zu arbeiten oder mache mein Studium. Man versucht wirklich beides hundertprozentig zu machen und das schafft man jetzt nicht immer, aber man darf, glaube ich, auch nicht zu hart mit sich selbst sein. Wie sieht so dein typischer Tagesablauf aus, wenn du Uni hast? Also es kommt darauf an, ob ich in der Klausurphase bin. Wenn ich jetzt ganz normal einfach nur, also Online-Seminare durchgehen muss, sowas, dann stehe ich meist morgens auf und dann setze ich mich meist noch irgendwie an ein Video, schneide was. Und dann habe ich mir auch vorgenommen, ich gehe morgens zum Sport. Das ist dann quasi Zeit für mich, damit ich einfach auch was für mich tue. Und dann habe ich den ganzen Tag noch und stresse mich nicht so. Was findest du eigentlich, dass dir dein Studium für dein Influencer-Dasein hilft oder auch dein Influencer-Dasein für dein Studium? Also ich muss sagen, wir hatten jetzt das Modul Social Media. Da konnte ich dann schon so ein bisschen punkten, einfach weil ich mich ja so ein bisschen dann schon auskenne. Aber eigentlich hilft mir das Studium eher bei meinem Job. Wir hatten jetzt zum Beispiel auch so Themen wie Medienrecht und solche Sachen. Dann weiß ich einfach schon gewisse Dinge, die andere vielleicht einfach nicht wissen, weil sie den Input nicht bekommen. Gibt es für dich bestimmte Tricks, wie du dein Zeitmanagement handelst? Also wenn du auch noch Termine am Nachmittag zum Beispiel hast und auch vormittags studierst? Also ich muss sagen, das soll gar nicht so klingen, als hätte ich alles total im Griff. Also ich struggle da auch total und öfter schaffe ich auch was nicht. Also Nummer eins, wenn ihr was nicht schafft, dann ist es manchmal einfach so. Ihr könnt euch auch nicht irgendwie dreiteilen. Man kann nicht, was sagt man immer, man kann nicht auch zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Man kann immer nur eine Sache wirklich machen. Stimmt. Aber was ich immer mache, ist wirklich eine Prio-List aufschreiben. Was ist heute wirklich wichtig? Also Prio Nummer eins, Nummer zwei, Nummer drei. Und was ich auch immer mache, man kann gucken, okay, wie lange brauche ich denn für welche Aufgabe? Also zum Beispiel ein Video schneide ich dann vielleicht eine Stunde oder zwei Stunden. Kann ich das eher morgens machen? Habe ich Nachmittagszeit? Und dass ich einfach gucke, wann bin ich am effektivsten? Wann bin ich vielleicht ein bisschen müde und kann dann so Sachen machen, die nicht so viel Konzentration brauchen? Aber das kommt halt auf die Person dann auch an. Ja, ich bin auch ein totaler Listenmensch. Also ich habe immer eine To-Do-Liste auf meinem Handy. Und wie du hast, habe ich auch so drei Kategorien. Die heißen bei mir super wichtig, wichtig und geht auch später. Kann man auch morgen. Ja, genau. Und da trage ich auch jeden Tag eigentlich neue Sachen ein. Und dann erst mal so alles schön nach der Reihe abarbeiten und keinen Stress machen, wenn es vielleicht doch nicht so klappt. Ja, aber gibt es für dich Tage, wo du so richtig am Ausrasten bist, wo du sagst so, oh mein Gott, heute hätte ich so viel zu tun, ich weiß von vornherein nicht, dass ich es schaffen werde? Ja, habe ich ganz, ganz oft, vor allem in Klausurphasen. Und man denkt sich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie schaffe ich das jetzt alles? Ich habe auch Tage, wo ich dann wirklich am liebsten einfach nur ins Bett gehen möchte, Decke über den Kopf und heute mache ich gar nichts. Aber was man auch immer machen sollte, ist, man darf nicht das Gesamtbild sehen, so ich habe diese Riesenliste heute, sondern okay, wo fange ich an? Und man geht Schritt für Schritt und dann sieht es gar nicht mehr so enorm aus. Vielleicht habt ihr ja noch einen Tipp, wie ihr am besten abschalten könnt und ihr Schule oder Studium mit eurem Job kombinieren könnt. Dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich bin echt gespannt, was ihr so für Tipps habt. Das war es auch schon wieder mit der Folge Ungeschminkt. Und Shirin, vielen Dank, dass du bei uns warst. Sehr gerne, hat mich gefreut. Ihre Kanäle findet ihr bei uns in der Infobox. Auch könnt ihr unseren Kanal abonnieren und das Glöckchen aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!